Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Regenbogen-Sommer hier im Zauberstheater Otomart und ganz besonders begrüßen wir Sie heute Abend zur großen Gala, äh, die macht, ähm, äh, Travestie in Flammen, nein, Travestie am Abgrund, äh, egal, Ihre Moderatorin Gaby Tupper! Und ein großartiger Applaus für die wohl älteste, 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 älteste Assistentin, die jemals auf einer Bühne gestanden hat. Hier ist Tima Dina Grieche! Applaus 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 Alkohol, egal, auch wenn das Publikum keinen Alkohol haben will, die werden jetzt abgefüllt. Die sind noch nicht so humorfrei. Und wenn das nicht funktioniert, dann intravalvinös. So, meine Damen und Herren, dann freue ich mich ganz besonders, jetzt die erste Moderation die Künstlerin anzukündigen. Soll ich das jetzt machen? Ja, mach das. Ich komme immer raschig von hinten. Das ist eine tolle Idee. Meine Damen und Herren, ich freue mich wahnsinnig, die erste Künstlerin heute Abend ansagen zu dürfen. Es ist die reizende, bezaubernde Gabi Tupper. Einen recht großen und herzlichen Applaus für Gabi Tupper. Applaus für Gabi Tupperware Applaus für Gabi Tupperware Applaus für Gabi Tupperware Backlaus für Gabi Tupperware Die Grünen Frau Bphones für Gabi Tupperware Die Leute, die Donald Bixi-Stong-Walken-Song. Und remember, Stonewall war's a riot! Oh, when they march in their high fielts. Oh, when they march in their high fielts. Oh, what a one to be in that number. Oh, when they march in their high fielts. Oh, when the battle has begun. Oh, when the battle has begun. Oh, what a one to be in that number. Oh, when the battle has begun. Oh, when the queen's still marching. Oh, when the queen's still marching in. Oh, Lord, I want a one to be in that number. Oh, when the queen's still marching in. Thank you. Thank you.